hallo und herzlich willkommen zu lego hairpada wieder mal ich habe mich wie gesagt schlau gemacht nicht atmosphygene vorerst vorerst es ist fünf uhr in der früh mein schweinchen mein hier gerade protest zu heben dass ich hunger haben aber ich habe gesehen dass sie noch was im käfig haben sie sind so mega hungrig einfach die ganze zeit oder eben nur gierig ich weiß es nicht es ist übrigens eine doof idee so früh aufzunehmen aber klein nervi schläft jetzt noch das ist das gute ob ich hier bitte durch danke und groß nervi schläft auch noch man verband ich nicht alle es wird halt einfach laut mit klein und groß ich habe mir wie gesagt aber die info geholt erstmal werde ich gestochen was ich ganz toll finde so und zwar habe ich wie gesagt nach guckt in den infos und japan die hatten halt auch noch geholfen weil ich jetzt noch gucken ich weiß nicht ob ich das dadurch besser kann oder sonst etwas aber vielleicht ja schon ja ich zerstöre erstmal wieder vorerst alles ich habe mir auch das video angeguckt tatsächlich und ich habe nicht die geringste ahnung warum ich diese stelle wo er gegraben hat weiter gehen manchmal nicht das mit dem teil hier ist weiß ich immer noch nicht ich mache das wie gesagt jetzt erstmal kann man sich schon umspülen ach komm schon also wenn du nicht richtig dran stehst dann bist du hier vorne ob ich das dafür benötige ich bin aber das andere nicht ich bin ich nicht da dran ist denn geht das nicht so noch einer hier da ist hier ist hier ist natürlich noch ah sag ich schon darf mich erstmal hoch Du weh, das geht nicht. Äh, nein, das soll ja das schon da. Er hat auch alles zerstört, ähm, in dem Video. Von daher sollte er eigentlich nicht sein. Äh, eigentlich. Ich weiß auch, dass eigentlich, eigentlich kein Wort ist. Oder so. Äh, dackeschön, Ron. Stehen wir vor Lockern im Weg. So. Hallo. Ähm, ich muss noch eine davorstehen. Oh. Stell dich gleich mal da runter, Ron. Vielleicht kriegst du ein bisschen Wasser ab. Und vielleicht hilft es dir, zu wachsen. Und deswegen auch, schlauer zu werden. Ich dachte das erste Mal, dass sie mich angreifen. Aber das wäre ein bisschen komisch, wenn sie mich einfach angreifen würden. Wobei. Hm. Ups. Das tut mir ja überhaupt nicht leid. Glaube ich. So. Köt. Hier war das. Ah, der macht ja bei mir gar nichts. Hallo? Es. Ich hab's, wie gesagt, gesehen. Und er hat hier die ganze Zeit gemacht. Aber. Jetzt fängt er nicht schon wieder damit an. Ey, bitte nicht. Das. Also. Er fängt schon wieder damit an. Das ist das Schwestern. Oh. Na gut. Oh. Na gut. Hm. Okay. So. Ich frag mich halt, warum er hier nichts tut. Er bellt hier nicht. Er stellt sich nicht tot. Oh. Es ist doch Jot oder nicht? Er ist Jot. Hm. Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diese Spuren unbedingt verfolgen muss, oder... Ähm... Ist gut. Ich hab verstanden, was ich graben muss, aber das war's auch. Oh, da. Hat sich nur umschlitten, dann... Was? Funktioniert das nicht? Ja, da schlüssel ich, hol das Kuh. Okay, lass dich für den Spinnen... So, warum geht das jetzt hier nicht? Absolut nicht. Habe ich irgendwas vergessen, dass ich hier kaputt machen muss, oder... Ich weiß, dass es hier irgendwo war. Ich drücke die richtige Tasse, nicht so wie der andere, wo ich das gesehen hab. Also... Also, warum geht das jetzt hier nicht? Geh mal weg hier. Hm. Ähm... Es klappt halt einfach nichts... So wie ich das möchte. Er hat Tiegel gerade irgendwo, und hier bin ich jetzt auch. Hä? Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Ist das schön. So... Der Hund ist wirklich mega unwachbar. Das gibt's nicht! Soll ich das jetzt stundenlänglich machen, oder was? Damit das mal funktioniert. Hallo? Ich lass dich wieder hier, der will festbaggen, dummer Köter. Ähm... Ja. Einfach nur nö. Das gibt's nicht. Nein, Stella! Geh wieder! Soviel zum Thema, den nervt mich. Ich muss nur schlafen. Äh... Hm... Ähh... Äh... Würdest du bitte dann nicht wieder tot spielen? Ja, du bellst das. Okay. Also, ich war jetzt gerade so kurz davor, Jubelschrei auszusenden. Und da hab ich gesehen, der macht sich doch nicht. Ich, ich. Ich wein mir echt einen ab hier. Ähm, ja. Lauf auf der Stelle, weil da ne Wurzel ist. Ja, das weiß ich ja. Lala, 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 einfach ein doofer Külter ist. Und das nicht findet, sich halt die Wurzeln auszugreifen. Ich weiss ja echt nicht, was ich anders gemacht hab, als diese Tüte, ne? Äh, das Problem auch, dass er sich meinte, tausendmal totzustellen. Da, warum gräbst du hier nicht an dieser Herkstelle? Ich pass doch auf, Skrigari. Ich kann im Kreislaufen oder bei Bellen. Yippie. Das gibt's nicht. Aber jetzt hat sich die Tüte gespielt, okay. Weil K, wenn ich wache, das geht ja nicht, sonst wechsle ich halt auch wieder. Also muss es doch J sein. Wie gesagt, gerade gehört hat, das war Ding-Ding-Ding, das kann's auch nicht hören. Ich, ähm... Nein, einfach nur nein. Ich weiss jetzt, was ich falsch gemacht hab. Ich verhasse mich dafür. Also, ich hasse mich wirklich hart dafür. Oh mein Gott. Man kann anscheinend auch mit Haar das machen. Wow. Ich hab's auch nicht mit Haar gemacht, ich hab's mit J gemacht. Sozusagen um ein paar Millimeter daneben. Ah. Ja, da kannst du echt lange versuchen. Das ist, ähm... Das ist weg, ich hab mich lieb... Ah! Aber... Alter! Alter, fall da ein. Was ist denn das Nest? Ah, das ist ja mal nicht okay. So. Weil mich jetzt hier irgendwann auf den Nerf geht, ne? Ich kasse nicht auf. Ah! 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 Ähm... Ich steh'n da. Ich falle schon! Oh, da hab ich wirklich was gefallen. Ähm... So. Ich fliege mal mit Tarryen über. Jetzt zisch dich doch mal. So, fliege ich jetzt hier rein? Oh. Wow. Man kann auch schwimmen. Natürlich, man kann auch schwimmen. Oh, knapp. So. Ich fette sich jetzt noch mal eine Stunde hin, bis ich mal durch bin, ey. Ich höre da oben schon wieder was leuchten. So. Jetzt noch ein paar Minuten, bis ich mir so lange weitergehebe. So, wie ist das jetzt so lange weitergehebe? Ich hab mich noch nicht mit zu Hause gefüllt. Ich bin selbst, Moment. So. 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 Und dann sind wir hier damit zu sehen. Weil ich hier dann meine Schmerzer wurde. Das geht nicht. Das geht nicht. Ähm, also manchmal sind Ziele aber auch echt gesteckt, dass man da kaum rankommt. Was sind das denn für kleine Miete-Viecher? Solche Miete-Viecher, ey. Äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin. Aber nachdem, was ich gerade gemacht habe, wenn ich eine falsche Taste wirklich die gesamte Zeit geballert habe, fühle ich mich ein bisschen peinlich berührt. Scheiße, ey. So, kann ich mir noch irgendwas einsammeln? Dann hab ich jetzt alles zerstört. Ich hab alles zerstört. Alles zerstört ist gut. Eigentlich nicht, äh... Ron-Pullover. Ah, da kann man springen. Okay. Ähm, so nicht. Oh, der ammer Hund. Oh, der ammer Hund. Nein, der ist nicht arm, der ist voll... Oh, meine Fresse, ey. Krieg ich das? Hm, okay. Ähm, danke. Mama ist halt so. Alter. Lass mich doch mal rein. Diese Viecher sind so nervig, ne? So. Oha. 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 Seck. Die Lügelchen. Aber... Die Lügelchen. Die Lügelchen. Die Lügelchen. Die Lügelchen. Ich habe zu gerne den Lügelchen. Oha. Oha. Ich kann ja eigentlich liegen. Na gut. Oha. Oh. Also. Er war im Weg. Ja, du darfst gleich kramen. Und J-Gedrückt halten, das muss man auch noch machen. Ah! Okay. Selbst in Lego sehen die ultra eklig aus, die Viecher. Äh, äh. Oha, er ist ja da richtig mutig. Um, can you remember me for him? Huh? Woah! Ohohohoh! Hey! Ah! 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 Ich soll sie gedrückt halten und dann schweben lassen? Gut! Ah! Ah! Soll ich das bitte schon machen? Achja! Ah! Ah! Wie soll ich das machen, man? Und nun? Ah! Okay. Wow! Letztendlich ist das ultra schwer. Was ist das? Okay. 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 Alter. Yo. Uh-huh. Hallo. Ah, okay. Okay. Get him out. Attach. Nein, die Gute, ey. Ewig geht auch noch besiegen, das glaub ich hab auch schon gedacht drauf. Kleines Viecher. Noch ne Runde? Ernsthaft? Danke. Äh, ist der eine? Er fährt mit einem Fing-Roller. Er fährt mit einem Scheiß-Roller. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Geil. Alter Ron, Hermine. Äh nicht Ron, Hermine. Harry! Yo, halt mich doch bitte noch mehr auf. Ah! 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 Ich hab voll... Ah! 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 Ich hätte halt einen mega auf, diese Bombstämpfe. Warum ist das okay, Gerotta? Natürlich hätte sie das unter ihrem Po verstanden. Guck mal hier, ob sie wieder haben und dann das nächste fangen wir auf jeden Fall schon mal an. Nee, da in der Runde ist nix mit wahrer Zauber. Nee, vergiss es. Wir sind halt bei der ersten 1 Million. Brauchen wir ja noch 3. Da hab ich gar nicht mitgeschnitten, dass da irgendwer jemand war. Ich war damit beschäftigt, die Spinnen K.O. zu hauen oder wegzufoxen. Mal ehrlich. Tun wir aber mal fortsetzen und gucken, was passiert ist. Ah, okay, siehst du ja. Okay. Müssen wir jetzt folgen und überreden oder was? Ich vermisse wieder dieses scheiß Klo rein. Okay. Hier sind wir also. Hier sind wir also. Wo wir lang müssen? Da. 就是說, wir haben nur was. Oh.. Guck mal. Bist, nicht? Du musst mir gleich fett nach oben ja. Dass ich den Fall. Tch, 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 tch. Ah, ha. Oh, der geht mir so auf die Nerven, das ist ja mal. Ja. Ganz haftig! Es steht an der Wand... Bauch! Einfach nur umfassend! Wir sind mit dem im Klo, welches mir nicht gefällt. Ich mag das gar nicht mehr. Aber gut, der mag schon das Klo. Mal ernsthaft. Ich nehm ihn nie. Ich glaub, da gehen ja sowieso auch die Mädchen nicht wirklich gerne in die Mörder. Kann halt... sehr eigen sein. Machen wir das nicht mal so, weil hier ist sie ja viel zu... Ja... okay. Wir müssen nur ein bisschen warten. Äh... Das tut mir, wie gesagt, ein bisschen leid, dass ich so ein bisschen abgelenkt wirke oder so. Das liegt wirklich nur daran, dass... einfach... ich... ich war's nicht! Oh Gott, du könntest die nicht abschießen! Jetzt folgt die mir echt! Geht mir auf den Nerv! Zisch doch mal ab hier! Bisschen nerviger... Ein nerviger Nervgeist! Ein nerviger Nervgeist! Nicht cool! Überhaupt nicht cool! Und nun... Denkst du mir im Nervgeist! Was soll ich hier oben? Ah! Ich brauch von! Ich brauch von... Wir müssen mich hier... Jetzt würde ich die Ratte ja kaputt machen, ne. Das ist immerhin... Was habe ich jetzt gemacht? Kann ich jetzt wieder reißen? Lieber zu Harry. Oh, ich hab's verstanden. Ich hab's verrückt. Ich weiß nicht, wie man es es schafft, sich da immer einzusperren. Ganz ehrlich. Hallo? Okay. Kannst du hier einfach die Klappe halten? Okay, erstmal. Warte ich ganz weiter? Oh. Oh, sorry. Wobei, mit dem ist mir noch nicht mal was. Sorry. Warum? Ähm. Ich hab jetzt, glaub ich, andere Gedanken als... Oh, okay. So, erst du das. Hallo? Oh Mann, halt doch mal den Mund. Gut. Also, ich weiß nicht, wen der jemand... Ich kann damit springen. Okay. Ich kann damit springen. Vielleicht muss ich da hinspringen? Für den Kürbis oder was? Boah, schon, Alter. Es ist ja gerne selber nicht von da hinten hingehen. Oder wie? Oh, gib uns weg. Ey, wenn du da... war noch geil. Boah! Alter! Er ist gut hier. Ey, ich kann nicht hier einfach mal die Klappe halten. Okay, das war lustig. Uh, ich find den Spiegel cool. Wir wollen das ja der Geschichte richtig machen, ne? General Wurst. Dann musst du wieder wechseln. Okay. Gut, das kommt wieder ein bisschen abwechslung, das ist nicht ganz okay. Ähm, ich hab hier keinen Köter, aber müsst euch hier graben. Ehrlich. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja Da war kein anderes Spiel dazu Ähm What? Ah, die kann ich nicht machen, okay Nein Oh nein Das ist nicht der Das ist nicht der Das ist immer noch der Pustein Aua. Jetzt sind doch alle nervigste. So wie ich mir da früh. Ja. Da läuft einfach vor der Gilderoy Lockhart da. Das ist toll. Und wie komme ich jetzt da drin? Das ist toll. Hıh. Hıh. Sübe abtmış Konur. Da muss ich eigentlich sein, oder wie? Da brauche ich jetzt hier unten? Wer ist er? Ich muss jetzt von hier rüber... Weil... Ah! Was ist da? Um die jetzt mitgehen, weiß ich nicht. Oh! Du bist überhaupt nicht gruselig. Das muss ich jetzt machen. Ich will eigentlich nicht hier einsteigen. Oh Gott, ich muss hier einsteigen. Oh Gott, ich hab Angst. Boah, ich will spinnen so unten. Ich bin Schlange. Ach, da geht es auf einmal einfach. Oh, we have to do chasse. Ich mag die nicht spielen. Nein. Böse Spinne. Schlange. Schlange. Ich spinne. Schlange. Ups. Ja, kannst du das mal bitte aufhören? Ich geh da jetzt rein. Oh mein Gott. Jetzt geh doch hier rein. Ich bleib jetzt da drin. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Ich geh da hin. Ok, jetzt geh ich hier hin. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Und dann schlange ich hier hin. Das ist ein bisschen mehr. Ich geh dann hin. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Könnt ihr mir mal sagen, was ich hier machen soll? Ich soll jetzt hier nicht nebenher die ganzen Scheißdreck machen, oder? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ein starker Anschlag, ja, das ist mir klar, aber... Ich glaube, darum kommen wir uns nächstes Mal, weil ich habe jetzt schon definitiv viel aufgenommen. Es wird schon 6 Uhr, ich bin ungefähr seit halb 6 dabei aufzunehmen. Man wollte... es sollte auch nicht so eine Überlänge sein. Und Großneville möchte bestimmt auch wieder nach vorne. Ich muss noch Hasen und Schweinchen füttern, also alles gut. Ich glaube, an der Stelle ist es ganz okay, wenn wir kappen. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Freitag und das Wochenende allgemeine. Ich lache noch ein bisschen über meine Unfähigkeit, Tasten zu drücken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wo wir diesen wunderschönen Brasilisken kaputt machen müssen. Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal.